Musik Bist du bereit zum Starten, Cleverbot? Ja, aber bitte nicht so schnell. Keine Sorge, Cleverbot. Hui, das macht Spaß. Du bist du. Oh nein, nicht schon wieder. Wach auf, Cleverbot. Ich glaube, ich sehe einen Energiestein. Was ist denn das für ein komischer Energiestein? Pass auf, Tom, hinter dir. Ha, hu. Hu. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du bist jetzt still, du komischer Blechkasten. Ey, wer will meinen Turbojet klauen? Oh, nimm lass doch einen Schuft. Au, 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 au. Geh von meinem Fuß runter. Au, 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 au. Au, au, au. Wo sind wir denn hier gelandet? Popman, was hast du angerichtet? Wieso, ich? Wir haben einen Motorstein. Auch das noch. So ein Mist. Cleverbot, du reparierst den Turbojet und wir checken mal die Gegend ab. Hier sieht es ja gar nicht aus wie auf Future Planet. Ach was, du Schlaukopf. Was zum Kuckuck. Das sind ja Ritter. Ihr seid Gefangene des Drachenordens. Verstehst du, was hier los ist? Ich glaube, wir sind durch ein Raumzeitloch geflogen und im Mittelalter gelandet. Oh je. Guck mal, die Fernblicke. Oh, sehen die fesch aus. Langsam wird mir schlecht so. Rein mit euch. Ich kriege schon noch heraus, wie euer komisches Ding funktioniert. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh nein, Geweck, Hilfe. Bitte nicht. Klatsch. Was macht ein Dino im Mittelalter? Was machen wir denn im Mittelalter? Er ist auch durch ein Raumzeitloch geflogen. Geweck mit dir, du Kuscheltier. Die Fremdlinge leben hoch. Juhu. Wir sind gerettet. Oh, super. Timing-Clapperboard. Kuscheltier, wir fliegen zurück nach Newcastlein. Was für ein Abenteuer. Du bist gar nicht so übel, Fockman. Du bist auch okay, Tom. Freunde? Freunde. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder.